Ja, und damit willkommen zurück, auch auf YouTube, zu einer weiteren Folge Doom, Doom. Und ja, wir sind zurückgekehrt aus der Höllenanstalt, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, irgendwo im Dämonenland. Huch, wo geht's denn? Okay, wir müssen wahrscheinlich auch hier weiter. Ich wollte nochmal hier kurz gucken. Gibt's hier was? Ah, ja, okay. Also da oben schon mal ein Secret. Sehr schön. Oh Gott, das... Das Auge sauernd. So, ähm... Ja, dann gehen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Hallo? Aha, ich wollte schon sagen, ich kann die Treppe nicht... Oh, Alter. Boah, krass. Alter, Finne. Boah. Mich juckt's gerade. Kleinen Moment. So. Dann lass dir das Bierchen schmecken. So. Äh. Äh. Geh weg. Du stinkst. Ich hab dir gesagt, du sollst zum Optiker. Ich hab dir gesagt, du sollst zum Optiker gehen. Na. Dann nicht. Huch, da hinten. Guck mal, da hinten. Plöpp, pass auf. Guck mal, plöpp. Plöpp, plöpp. Plöpp, plöpp. Bethesda. Ich sehe das. Guck mal, das ist ein Grafikfehler. Guck mal. So. Da hinten. Ah, da ist eine Rune. Da müssen wir hin. Definitiv. Das möchte ich machen. So, wo geht's denn jetzt hier? Oh Gott. So. Ah, jetzt mal da rauf. Und jetzt. Aber ist das die Station, wo wir gewesen sind? Was ist denn hier passiert? Oh, ich hoffe, wir kommen da noch hin. Ich möchte nicht irgendwas, irgendwas verpassen. Äh. Was war das denn? Okay, ich glaube, wir müssen auch da irgendwie rauf. Vermute ich mal. Was war das denn? Was zappelt das denn hier so rum? Äh. Was ist das? Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Okay. Okay. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Okay, kommen wir nicht rein. Boah, wie übel das. Ich glaube, das wird gleich richtig. Ich glaube, das... Hey, Jungs, wartet auf mich. Ich komme schon. Ich bringe euch zurück in die... In die Hölle. Oh, oh, oh. Ich bringe euch schon zurück in die Hölle. Zu eurer Mama. Zu Olivia. Olivia Jones. Wie die einfach wegfliegen von mir. Die haben Angst. So, gehen wir mal hier runter. Ist da ein Secret vielleicht? Nein, ist nicht. Okay. Naja, willkommen zurück in der Station. Au, guck mal hier. Sehr schön. So. Jo, das war die Station mit dem Satelliten... Satellitenschüssel. Da verlässt mich schon meine Stimme. Oh Gott. Was ist das denn? Erinnert mich gerade ein bisschen an Alien Isolation, muss ich zugeben. Ich habe Angst, dass jeden Moment das Alien irgendwie aus dem Lüftungsschacht kraxelt und klettert. Oh, wie geil. Eine Minigun. Oh, geil. Wir kriegen die Minigun. Jawohl. Ich gucke aber erstmal mich ein bisschen um. Gibt es hier noch irgendwas zum Sammeln? Da liegt noch Munition. Da ist das Plasma-Gewehr. Das haben wir schon. Okay, sonst liegt hier nichts rum. Geil. Minigun. Oh, die Chaingun. Wie cool. Jawohl. Alter. Yeah. Ist übrigens auch meine Lieblingswaffe im Multiple, ja. Ach, scheiße. Was ist denn mit dem Secret gewesen? Kommen wir da noch hin? Fuck. Wie kommen wir denn dann zum Secret? Scheiße, haben wir schon verpasst. Mist. Und hier vorne war auch noch irgendwas. Da. Da liegt doch noch was in der Ecke. Habe ich das übersehen? Ah, hier. Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antworten, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank der Einrichtung registriert. Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Sehr schön. Erteilt. Ah. Du kannst die Lazarus Labore über den nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. Boah. Ich aktiviere das Zugsystem. Aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die USC Einrichtungen brauchen. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Okay, wir holen auf jeden Fall die Schlüsselkarte. Die gelbe. Und, ähm, damit wir in Zug fahren können. Boah, das klingt vielversprechend. Das klingt lustig. Bin ich sehr gespannt. Dann schauen wir mal. Hallo, Freunde! Yeah! Jetzt geht's zur Sache. Ja! Yeah! Bam, in die Fresse! Na du! Heut schon der Frühstück, Revenant! Ja! Yeah! Dein Onkel Doktor hat angerufen. Oha! Bam! Ah, guck mal, da oben. Wenig Munition, ja. Ist nicht so schlimm. Bam! So! Wo kommst du denn her? Alter! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Ich hab gesagt, lass das! Hör auf damit! Ach, Revenant ist wieder da! Mein Freund Revenant! Mein Freund Revenant! Hallo! Bam! So! Wer will nochmal wer, hat noch nicht? Wer ist noch ohne Fahrschein? Nein! Okay, ich glaub, das war's. So! Ähm... Ja, für alle Neuen hier im Chat, auch auf Twitch, ähm... Ihr könnt Taler sammeln, wenn ihr hier bei mir seid. LPLS-Taler. Und... Einfach Ausrufezeichen Taler eingeben, dann... Seht ihr, wie viel ihr habt, und ihr könnt die setzen. Mit Ausrufezeichen Gamble und Leerzeichen dann den Wert. Minimum 50. Maximum 1000. Könnt also verdoppeln, verdreifachen oder natürlich auch verlieren. Kommen wir denn zu der Rüstung, die da hinten war? Okay. Ganz schön viel passiert in der Zeit, wo wir weg waren, muss ich sagen. Ich würde gerne doch gerne, bevor ich jetzt hier runterspringe, doch gerne erstmal dahin. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Ich spring jetzt erstmal hier runter. Okay. Ich geh erstmal hier lang. Erstmal zu gucken, ob wir hier irgendwie... Ah, guck mal an hier. Da kommen wir schon... Ah, guck mal an. Bäm. Ciao. Yeah. Aber wo ist denn das mit der Rüstung, hä? Müsste das nicht hier sein? Was wir gerade gesehen haben? Oh, das ist weiter oben. Verdammt, das ist bestimmt weiter oben. Okay. So, dann gehen wir mal runter wieder. Und schauen mal, ob wir hier... ...trügel noch mal was haben. Hallo, Jungs. Oha, oha, Hilfe. Aua, was? Oha, wo kommst du denn her? Kommt denn der Revenant auf einmal her? Ich glaub's ja wohl. Deine Mama nicht gesagt. Das macht man nicht. Jemanden von hinten zu erschrecken. So. Okay, ich geh mal hier rüber. Ah, guck mal an. Hier ist auch Rüstung und alles. Sehr schön. So. Oha. Hm. La 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 la. Höh. Aber wie gut das auch funktioniert mit dem... ...mit dem Klettern. Ciao. Oh, äh, da war... Äh, was? Bitte was? Äh. Äh. Ähm. Ähm. Äh, hallo? Hallo? Haha, ich bin unbesiegbar. Nein! Was? Was? Das... Ich, ähm... Da falle ich einfach mal durch die Map. Wie geil. Ja, ähm... Da haben mich die Monster einfach mal durch die Map katapultiert. Das ist auch mal schön. Auch mal schön zu sehen. Okay. Ah, das wird nachgepatcht. Das wird nachgepatcht. Definitiv. Das wird definitiv nachgepatcht. Oh, Mann. Da glitsche ich einfach mal durch den Boden. Na ja, gut. Kann ja wieder mal nur mir passieren. Ist ja klar. Och, jetzt bin ich wieder hier. Oh Gott. Spawn jetzt wieder hier? Gott sei Dank. Gott sei Dank diesmal nicht. Okay. Also, dann haben wir nochmal hier der Sturm gewendete Raketenwerfer. Okay. Da unten geht gleich die Action los. Haben wir denn jetzt die... Nein. Die Rüstung müssen wir uns wiederholen. Ah, super. Ja, ja. Da müsste ja theoretischerweise da hinten die Rüstung liegen, oder? Ja, war klar. Wo ist der Revenant? Der müsste da auch kommen, ne? Oder? Okay. Guck mal hier. Ins Gesicht. Plupp, 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 plupp. Plupp, 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 plupp. Ah. Wo kommst du denn her? Hat er sich einfach mal um uns geschlichen. Okay. Bisschen Muni. Okay. Ah, ja. Okay, also auf ein neues. Äh, so. Die Chaingun. Dann nehmen wir mal... Ach komm, nehmen wir mal die Chaingun und die... Und, äh, das Gauss-Gewehr. So. Können wir die mal ein bisschen ausnutzen jetzt gleich. Weil da kommen ja ein paar größere Gegner wieder. So. Tollalalala. Lalalala. So, wo seid ihr? Bam, weg ist er. Höh, wo will er hin? Hallo? Da platzt er einfach mal. Und tschüss. Zurück zu eurer Mama, hab ich gesagt. Oh, ein Hologramm. Cool. Ach, stimmt. Das ist ja... Gibt's ja im Multiplayer ja auch. Kann man ein Hologramm von sich erstellen? Und dann meinen die Gegner, man ist dort, aber da ist man gar nicht. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, aber egal. Guck mal hier. Hier ist dein Bruder, den hab ich schon erledigt. Was ist denn hier los? Leute, lasst mich. Erstmal mach ich dich alle. Und dann mach ich dich noch alle. Aber hier wollte ich eigentlich noch gar nicht lang. Ich wollte da hinten noch gucken. Wie schnell das immer hier so geht. Ähm... Das wollte ich haben. Er hat schon wieder auf die Flinte gewechselt. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ah, komm mal da unten. Ist wieder Berserker, glaube ich. Gehen wir mal da hin. Yeah. Bam. Bam. Yeah. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich wär's noch ohne Runde. Höah. Höah. Weg mit dir. Weg mit... Höah, wo ist er hin? Komm runter da. Hallo. Du sollst... Sag mal. Ich glaub's ja wohl. Geh weg, du kleiner Heißluftballon. Geh platzen. Hä, wer schießt denn da? Ach, hier, ja. Geh weg. Lass das. Lass das. So. War's das? Gott sei Dank mal. Ruhe hier im Karton. Ach, guck mal an. Ach, Gisela ist auch wieder am Start. Guck mal an. Gibt's doch gar nicht. Gisela. Eine Freundin. Merven. Na, wir schauen aus. Wie war's so in der Hölle? Wird Zeit für dich zurückzugehen. So. Hör auf. Ich hab gesagt, man macht so was nicht. Leute von hinten erschrecken.